Robert Bly, Probleme in der Arche Stehen wir in der Sonne, so sehen wir, dass unser Körper hell beleuchtet ist, aber auch einen Schatten wirft. Je heller das Licht, desto dunkler der Schatten. Jeder von uns besitzt einen Teil seiner Persönlichkeit, der uns verborgen bleibt. Eltern und meist auch Lehrer leiten uns an, die helle Seite unserer Persönlichkeit zu stärken, uns in gut ausgeleuchteten Fächern wie Mathematik und Geometrie zu bewähren und erfolgreich zu werden. Dabei verkümmert der dunkle Bereich allmählich. Und was machen wir dann? Wir senden eine Krähe aus. Die Taube kehrt zurück. Sie fand keinen Ruheplatz, die ganze Nacht im Flug über das sturmgepeitschte Meer. Unter dem dunklen Dach nun soll die Taube das Bett des Tigers teilen. Gönne der Taube Ruhe. Die zwiegeschwänzte Schwalbe fliegt vom Fensterbrett im Dämmern. Am Abend sollen blau die Schwalben wiederkehren. Am dritten Tag aber soll die Krähe fliegen. Die Krähe. Die spinnenfarbene Krähe. Die Krähe wird auf frisch gefundenem Schlamme gehen. Dieses Gedicht bezieht sich auf die bekannte Geschichte Noas. Aber meine Bilder stammen aus einer älteren, einer babylonischen Sintflutsage. Und darin kommen drei Vögel vor. Das Gedicht entstand zwei oder drei Jahre nach meiner College-Zeit. Und es drückt wohl aus, dass ich mir in meinem Elend nur von der dunklen Seite meiner Persönlichkeit Hilfe erhoffen konnte. Ich kann mich noch sehr deutlich daran erinnern. Dies ist das Erste, das ich mir selbstständig klar machte. Und ich fand, dass das auch für die Politik galt. Dass wir als Nation nicht Menschen wie Adlai Stevenson brauchen konnten, der allzu sehr einer Schwalbe ähnelte. Oder Bertrand Russell, der ebenfalls zu viel Helligkeit in seiner Persönlichkeit hatte. Danach zeigte zwar Eugene McCarthy mehr von der dunklen Seite, Aber auch er schien mir zu sehr Schwalbe zu sein und nicht imstande, den genannten Schlamm zu finden. So sind Vögel also für die Vereinigten Staaten zum Problem geworden. Wir wählen nur Schwalben zu unseren Präsidenten. Allenfalls weiße Krähen wie Nixon. Ein paar Jahre später sah ich einmal, wie es auf hohes Gras schneite. Und da fühlte ich das positive Dunkel wieder aufsteigen. Das Gras ist schon halb mit Schnee bedeckt. Es war ein Schneefall, der am späten Nachmittag einsetzt. Nun wird es dunkel in den kleinen Häusern des Grases. Wenn ich mich einmal tief bückte, tief zur Erde griff, Konnte ich mir Hände voll mit Dunkelheit holen. Der Dunkelheit, die immer da ist, nie bemerkt wird. Nun schneit es dichter, die Maisstängel rücken weiter weg Und die Scheune kommt näher zum Haus. Die Scheune wandert von allein im wachsenden Sturm. Die Scheune ist voll Korn. Jetzt kommt sie auf uns zu, wie ein Schiff, Das der Sturm zu uns herübertreibt, mit Matrosen auf Deck, Schon viele Jahre blind. Manchmal fällt der erste Schnee bereits, wenn das Gras noch grün ist. Und wenn es hoch steht, dann neigt es sich Und es entstehen kleine Häuser darunter. In der Scheune unserer Farm befand sich damals kein Vieh, Aber sie war voller Mais, Im Rahmen eines staatlichen Programms zur Bildung von Reserven versiegelt. Und obwohl es der Mais meines Vaters war, Stellte er für uns eine Art geheimen Schatz dar. Das Bild, Hände voll mit Dunkelheit, Macht dieses Gedicht noch nicht zu einer Schattendichtung, Aber am Ende nähert es sich dem Schatten, Als der Autor mehr Dunkelheit bekommt, Als er sich eigentlich gewünscht hatte. In der chinesischen Kultur besitzt das alte Symbol des Yin und Yang tiefe Bedeutung. Es zeigt die helle und die dunkle Seite der Persönlichkeit in einem Kreis vereint. An einem Frühlingstag schrieb ich folgendes Gedicht. Ja, am frühen Morgen glaube ich, ich lebe ewig, Gehüllt in mein freudenvolles Fleisch, wie das Gras in Wolken aus Grün. Ich springe aus dem Bett, aus Träumen von langen Ritten zu Burgen, glühenden Kohlen, Da liegt die Sonne glücklich auf meinen Knien. Ich habe die Nacht durchlitten, durchgestanden, Tief unter dunklem Wasser, wie ein Grashalm. Die starken Blätter des Holunderbaums tauchen in den Wind, Rufen uns auf, zu versinken in der Wildnis des Alls, Zu Füßen einer Pflanze zu ruhen Und ewig zu leben, wie Staub. Vielleicht ist die Folgerung erlaubt, Dass die alten chinesischen Dichter, Und zwar nicht nur die Buddhisten, Die dunkle und die helle Seite zu versöhnen suchten Und ein tieferes Gefühl für Pflanzen und Tiere entwickelten, Als es uns heute möglich ist. Pflanzen schlafen, Sie leben also immer im Dunkel, Auch wenn ihre Blätter sich ins Licht recken. Wir könnten also sagen, Dass das Unkraut in unserem Hinterhof Genauso das Helle und Dunkle in sich vereinigt, Wie die Fensterrose der Kathedrale von Chartres. Und dabei ist es viel billiger, Bei dem Unkraut zu sitzen, Als nach Frankreich zu fliegen. Der Vielbeschäftigte spricht. Der Mutter der Einsamkeit will ich mich nicht ergeben, Weder der Mutter der Liebe, Noch der Mutter des Gesprächs.